moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge mac warrior 5 clans wir haben uns noch eine stormcrow dazu gekauft haben jetzt 245 drop tonnage mittlerweile und schauen mal was die nächste mission bringt das ist outskirts of idor investigation und ihre band of pirates spineless barbarians aber jetzt kämpft unter einem anderen banner der bushido code ist nichts mehr than empty words and we fight with honor we do not yield until we have destroyed our opponents yes precisely what we will do here the 14th of fallen back to the outskirts of the city of edo kobold i am dispatching you to hunt them down as only a smoke jaguar can it's only a matter of time before turtle bay is ours will they not be expecting us galaxy commander and looking for any chance to ambush we have already demonstrated our superior firepower now we use it to break their will orbital recon has conducted a sweep and reported well fortified defensive positions on the perimeter of the city you will be deployed in the western sector of the a.o. one star colonel women gives the order you will approach and punch a hole right through their defenses i will lead my own command star on from the southern outskirts of the capital there i will clear out all their active perimeter forces and pick off assets that attempt to flee the region prepare for deployment kobold we must capture as much ground as possible ja dann auf geht's ich fühlst von drüber scheiße jetzt nicht aus dem auch an christi er da ane der braucht ja ach komm scheiß drauf so hätte ich schon mal wie die stormcrow sich so verhält 12 i a mediums ist schon gut aber bei dem mc warrior teils jetzt gerade sehr einfach macht es geht es halt einfach nicht ins shut down was echt komisch ist in range of the lc moderate visibility solid copy 84 sensors are quiet in the area drop approved get ready kobold we are on deck reading your signatures kobold you are cleared to move light up all defenders you encounter along your target route disengage schaak kobold is on the prowl everyone lock in time to fill our codices with another victory star commander my sensors are picking up positive contact west of our position hostels are tagged 14th legion mechs sounds like we have a little party waiting for us kobold you know what to do jumpjets oh the stormcrow had been jumpjets ok when it comes to racking up kills the rest of you can only hope for second place you kids better hope these are soft targets contact unleash fire they're not even hiding from us i wanted to hunt them down where's their sense of fun just give them the business end of your autocannons liam got one destroyed new target all over turrets target destroyed target destroyed shoot no FUNK Das ist ein bisschen besser für Museums als eine battlefield. Sie kämpfen mit Courage, doch. Courage? Sie rief für die Hände an der ersten Szenierung des Problems. Negativ in den Souten Outskirts. Die Party hat uns noch nicht erreicht. New Target. Solid Copy, Galaxy Commander. Target. Readouts, die eine Farm zeigen. Gut gefundet. Sehr ruhig, in der Tat. Sie können sich ruhig für lange sein. Die Spheroid werden uns verletzt. Die Spheroid werden uns verletzt. Die Spheroid werden uns verletzt. Wir sollten uns bemerken. Wir wollen uns nicht verletzen. Wir wollen nicht alle Ressourcen auf dem Planeten, die wir für lange Zeit haben. Die Spheroid werden verletzt. Wir wollen uns verlettern. Wir wollen uns verletzt werden. Wir wollen nicht über 10.000 Jahre lang. Geht in die Basis der Flucht in der Sonne, Sie verletzt werden uns verletzelt. Geht in die Basis der Flucht. Geht in die Basis der Flucht für die Flucht. Geht in die Basis des Blückschraufungsgeräu. Schauen wir mal was er jetzt auf uns wartet. Die DCM-S riskiert so viel schade. Ich wünsche, dass wir sie besser verstehen. Ja, naja, es ist nicht so, dass ihre Kulturen hier zu lange sein wird. Ich höre, dass die Klan-Wulff erzeugt, um ihre Invasionen in ihren Korridor zu helfen. Die Klan-Wulff erzeugt. Multiple Kontakts, ground and air. Es wird schwer zu halten, diese Gebäude zu einem Stück. Es ist nicht wert, dass es keine Raum für halte Bezüge. On target, Star Commander. Ein weiterer für mich. Tane, Ez, mit ihnen zu uns zu verletzieren, hast du noch nicht gedacht, dass diese Klan-Wulffs sind wert? Ich glaube, er ist. Er liebt immer diese Klan-Wulffs in der Erinnerung. Die Erinnerung von Heroik-Savrieren und Nobel-Fallend-Warrieren. Fertig istobsennt. Spfen Sie auf, شockieren Power-Musik! Bekommen bei dir in meine WrestleMania-Wulffs IN 豈 salaren. Deswegen lesen. New Target Destroys Come on It's Phoenix Engaging your target Cobalt be advised Enemy mechs closing in on your position They are just trying to slow us down You know Perez isn't showing them any mercy right now We can't get them, we can at least push them onto his sword I am not letting any of them escape They are making headway No sweat One of our army mechs will fly to theirs We need to range deeper into the city Be on guard They must realize that they have bitten off more than they can chew Who knows what tactics they might use now I've got one We've 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 got one We have more coming at us Their casualties reports must be really stacking up So So Let's see if I A few makes With ECM With ECM We cleaned up those sewer heads Shift to the mark industrial area Cobalt one Showing multiple contacts They still have a lot of fight left Grind it out of them Yup I see them Jaguar base Destroyed This has turned into a damn slugfest Finish them Cobalt I want the entire city secured You took it Cobalt A series of repair bays just came online Just in time Let us get to them Before any more sewer rats scurry from their holes Alright Weather storm How is everyone looking? I am fine with the striking on I do not like to deprive the technicians of work We should be careful still The DCMS are playing by their own rules Asks 70 Da rein 80 Da rein One more time to repair We should be careful Einmal schnell reparieren Diese Spheroids sind alle ihre Assetzen. Ich habe sie besser als das. Sie versuchen uns zu überraschen? Als ob sie könnten. Mute Target. Enemy Terminator. Destroyed. Target. Destroyed. Der Sky ist klar, Kobalt. Aber ich habe mehr Reaktoren online. This time, approaching from the sea. New Hostile. If they want a watery grave, so be it. New Target. One Target down. New Hostile detected. Focusing on your target, Star Commander. New Target. New Target. On your target. Turnback terminated. theme song. Schnaz. 今回 war Pension. kinoh. war keinem wischen. Was ist das? Blackjack Huh, someone's an enemy here There was one enemy next now Ah Target Down they go Target destroyed Oh, got four destroyed and perfekter treffer He is so weak I think that is the last of them Jaguar base So We need to be sure the area is safe for evac I've said a new nav point check if the area is clear We need to be sure the area is safe for evacuees We need to be sure the area is safe for evacuees But they are clearly highly organized And we still do not have enough intel on what their numbers are like The watch must improve its espionage Or we need to find a new venue for intel Otherwise, we are stuck with the Dragoon's outdated figures No sign of activity Jaguar base No sign of activity Jaguar base Not so fast Cobalt one I am tracking a Caritan dropship inbound on your position Seconds out brace for more contact Looks like our techs will have their hands full after all You armored demons have wreaked enough havoc Your reign of chaos ends now This is more like it Finally the caliber of mech we have been waiting for Put them down We have exhausted enough time and resources on this operation Aye Okay Awesome Enemy mech eliminated The skill of this spheroid is far beyond the rest New hostile detected Dragoon Mech down Ejecting Took a heavy blow Target Target Destroyed Target Destroyed 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 Mech is disabled Go on then Finish me Grant him his wish Cobalt one Whoa But he continues to fight rather than letting us kill him Mech warrior Ezra I will have none I claim this warrior in the name of the clans By right he is my Isorla He will be more valuable alive than dead So be it His value is not for you to decide Mech warrior Ezra I will be waiting for you on the ship Cobalt I will survey this bondsman myself Sehr gut Ach genau, he is kaputt 60% I have taken up the cinder They just went away from the center Okay Mmmh Und du bist überzeugt in deinen Erfahrungen? Die Interrogation zeigt, dass er keine Liebe für Ausgurita oder seine alten Handler ist. Der Risiko für den Klan ist minimal. Und du verstehst du die Verantwortung für diesen Bondsmann? Deine Verlust werden dir sein, wenn er nicht die Erwartungen beherrscht. Baff, Galaxie-Kommander. Ich glaube, seine Fähigkeiten werden von uns großartig genutzt. Sehr gut. Yuji. Du hast als Krieger gespielt, aber das Zeit ist vorbei. Du gehörst bei der Jaguar jetzt. Und du hast eine neue Rolle zu finden. Von diesem Moment in die Zeit, du bist mit dem Mech-Warrior Ezra, und du wirst du unter den Technik-Technik-Nolan untergebracht. Geh ihn aus meiner Sicht. Yuchi. May die Kerenskis auf dich haben. Galaxie Commander. May I introduce you to Demi-Presenter Akari Ito of Comstar Order? Demi-Presenter. I read Ilkahn Schauer's brief on the Pact that Presenter Marshal has negotiated with our people. I'm to understand that you are here to assist us in our mission. Hi, Galaxie Commander. By order of Presenter Marshal Anastasia Svokt, I am here to provide your forces with intelligence, act as your liaison to the civilian population of the conquered worlds, and continue to maintain the hyper-pulse generator stations within the clan occupation zone. We will not interfere with your administration of the HPGs. on the condition that you bar any outbound communications relaying any information on us and our military deployments, and censor any messages from partisan operatives on conquered worlds. Hi. Presenter Marshal Furt has agreed to those terms. I will abide by his will. Good. Good. Provided that you do not pry into any classified information, and stay away from restricted areas. You may stay here aboard the Sabercat as my guest. Arigato gozaimasu, Galaxie Commander. I look forward to our partnership. The Legion of Vega has honorably surrendered. This world is now ours. But before we move on to our next target, we must fully secure this planet from any local forces that challenge our will. Make no mistake. Our real work begins. Ask, Galaxie Commander. Is really good. Notification. Structure damage reduction. In the production is done. Very good. The will we need a little bit. können natürlich hingehen und sagen wir machen ist und wir wissen schon noch als 5 25 25 egal mehr wie ich das gerade nach schassi meister und schattet er leid mit gilt so recht gilt okay die schilder sieht aber noch nicht so gut aus repair technischen und bräden das einmal ab zusammen basteln guck mal in die barracks du kriegst schwar missile cooldown ballistic cooldown ezra kann energy cooldown leveln und ein bisschen handling naomi kriegt evasion 2 und heat management und mia darf auch evasion lernen wir brauchen noch ein level und in einem level können wir in einem level kriegen wir den weg doch jawohl schön können auf jeden fall ein bisschen umbauen weil der bruch nicht 2 lm 20er zwei latsch polz zwei medien polz er ist natürlich schon ordentlich gut bewaffnet und danach danach kommt der hellbringer hellbringer ist auch ein sehr schöner mich auf 9 kommt der sammeln ist okay und auf 10 haben wir endlich unser timberwolf da kann ich ehrlich gesagt nicht länger darauf warten ich finde den beruf ist es einfach ein schöner weg und b es hat halt so ein icon aus der ganzen mechwarriere lore und geschichte und andro drin danach kommt gargoyle auf zwölf immer den vorworg immer dann 13 exekussion und 14 ist der direwolf der direwolf ist auch ganz nett das natürlich ordentlich bewaffnung ein kloppen allein durch die tonne die der bringt aber ja ich weiß level 10 auch noch ein bisschen ein halb level erst wollen wir hier med talk auf med talk und uns auch schon freund ist auch sehr schön aber das geht beim nächsten mal ich wünsche noch einen schönen tag wir sehen uns ciao